20. Tag der Bildung hier bei der IHK Chemnitz. Über 70 Unternehmen sind hier zum Jubiläum vor Ort. Und was die Jugendlichen hier alles so erwartet, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Das war's vom 20. Tag der Bildung. Vielen Dank an alle Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.